Willkommen bei Tuktas traditioneller Thai-Massage, Ihre Auszeit vom Alltag nahe Stuttgart Flughafen. In unserem Studio in Leinfelden-Echterdingen können Sie allen Stress hinter sich lassen und sich rundum entspannen. Durch traditionelle thailändische Massagetechniken sorgen wir für Erholung pur. Gönnen Sie sich eine wohltuende Partnermassage zu zweit. Bei unseren zertifizierten Masseurinnen sind Sie in den besten Händen. Bei Verspannungen im Kopf- und Nackenbereich sorgt eine einfühlsame Kopfmassage für Wohlbefinden. Wir bieten außerdem aktivierende Hand- und Fußmassagen sowie Ölmassagen. Die traditionelle Thai-Massage ist eine 2500 Jahre alte Heilmethode und sorgt durch eine Kombination aus Strecken, Dehnen, Mobilisation und Akkupressur für Wohlbefinden. In der thailändischen Sprache heißt diese Form der Massage Nuatphenboran, auf Deutsch übersetzt heilsame Berührung. Nach einem Besuch bei Tuktas traditioneller Thai-Massage wissen Sie wieso.